Hallo, sehen Sie sich ruhig um. Ich bin in einer Minute bei Ihnen. So ein kleines Kind soll ein Troll vermöbelt haben? Ich kann's nicht glauben. Oh, ich freue mich immer, wenn ein junger Mensch einen klugen Kauf tätigt. Sie werden es noch weit bringen. Na dann, schauen wir doch mal, was ich im Sortiment habe. Meine Tür steht immer offen. Kommen Sie gerne wieder. P船 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Jetzt ist Schluss mit der Wilderei! Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017